Es ist der 14. Dezember, willkommen bei Profilers Advent Calendar. Und wie sieht's bei dir aus? Schlechte Laune, Alarm oder alles Tutti? Typischerweise sind zu diesem Zeitpunkt des Jahres alle ganz furchtbar beschäftigt. Und weil das, womit sie beschäftigt sind, so furchtbar nebensächlich ist, fühlt sich das auch furchtbar an. Ginge mir nicht anders, wenn ich im Hamsterrad der Jahresabschlüsse, des schnellen noch mal Regens und dem unbedingt noch vor den Festtagen Fertiggedönns gefangen wäre. Mann, oh Mann, halt an! Halte mal innen und besinne dich auf all das, was du hast. Bist du womöglich gesund? Und nein, eine läppische Erkältung, wie ich sie gerade habe, gilt nicht, um sich schlecht zu fühlen. Und bist du womöglich auch von lieben Menschen umgeben? Herrscht Frieden in deiner Region oder musst du um Leib und Leben fürchten? Na also, Gang runterschalten und das Leben genießen, das kann noch nicht so schwer sein in der ersten Welt. Deine Aufgabe für heute, sich daran freuen, dass man lebt.